Ja, Moinsen! Willkommen zurück hier bei Hintergittern der Online-Knast, ne? Ja, müsst ihr mich entschuldigen, wenn ich jetzt ein bisschen Norddeutsch rede, aber ich habe mir gerade wieder so plattwitsche Videos angeguckt, kann das schon mal vorkommen. Ja, nichtsdestotrotz, noch mal für alle Nicht-Norddeutschen, herzlich willkommen zurück zum Hintergittern der Online-Knast. Tchakko! Ja. Ja, lass uns doch mal gucken, ne? Also wir haben nicht wirklich Geld, aber wir haben hier schon, ah, wir haben hier schon, ah, das ist gut, das ist sehr gut. Gut, wir haben hier unten schon Einzelzellen, das haben wir hier, äh, 13 haben wir da, dann holen wir uns doch einfach noch mal einen Koch dazu, oh, 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 nein, 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 das wollte ich doch gar nicht, das wollte ich doch gar nicht, das wollte ich doch gar nicht, hier, zack, zwei reichen aber erst mal. Ah, wieder die falsche Steuerung gewesen. So, ähm, wir brauchen definitiv die Gefängnisregeln, die sind genehmigt, das finde ich sehr schön. So, dann wollen wir nämlich das hier ganz mal einschalten, machen wir erst mal Pause. So, und erst mal nehmen wir hier alles raus. So, was haben die denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Willkommen bei Schutters. Dann kriegst du den hier unten noch dazu, ob, äh, 11 Uhr ist nämlich Schlafenszeit. So. Frühstück kriegen sie nicht. Aber, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, Hof, Dusche, Freizeit. Und da ist er eingesperrt. Hier kommt, hier gibt es noch mal Essen. Und da ist er eingesperrt. Ja. Ja, komm, und hier können wir noch mal duschen. So lassen wir, erst so lassen wir das erst mal. So, haben wir noch ein bisschen Gas geben hier. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen an Kohle kommen, ne? Hier, komm. Abreißen. 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 Ein bisschen was verkaufen. Können wir eigentlich schon. Ja, können wir. Dann, 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 dann. Müssen wir nämlich mal ein bisschen Forst machen. Es nützt nichts. So. Es wird uns jetzt wahrscheinlich auch erst mal so ein bisschen in die Miese hauen. Aber hier können die lang gehen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, dann sollen die jetzt hier erst mal ordentlich schuften. So, und baiten. Können die hier mal den Boden schön machen. Ne? Ja, abgesehen davon. Habt ihr das Pokalspiel gesehen? Das war doch wieder mal, war doch mal wieder grandios, oder? Oh, war doch ein schönes Spiel. Oh, das war so herrlich. Die Bayern kriegen einen mal richtig aufs Maul. Ach, finde ich toll. Auch wenn sie vielleicht die besseren, auch wenn sie vielleicht besser gespielt haben. Ja, aber es war, ähm, ja, schönes Spiel. Also, kann man nicht anders sagen. Definitiv. Oh, hier, der steht scheiße. Komm. Abreißen. So. Ja, abgesehen davon, was können wir denn eigentlich noch so an Zuschüssen kriegen? Einfache Haftanstalt. Fehlt uns nur die Dusche zu, ne? Ja, warte mal. Ne Dusche. Die bauen wir hier hinten jetzt noch an. Hier geht's. Tür. Versorgung. Wasser. Zuh. Wunderbar, so sieht das ja schon schön aus, dann bauen wir jetzt hier nämlich eine Dusche hin und wenn das Geld dann noch reicht, bauen wir, weil wir müssen ja gucken, dass wir hier ein bisschen weiterkommen, ziehen wir hier in Gang und dann können wir hier den ersten Zellentrakt dann anfangen. Also wäre jetzt so eine Überlegung. So, brauchen wir hier oben noch Strömchen, so hier ist eine Tür und können hier nämlich bequem duschen gehen. So, und der bleibt offen. Da gibt es nämlich keinen Grund, da jetzt irgendwas dran zu ändern. So, dann machen wir die. Rien, da gibt es nur die Tür. So, dann machen wir die Tür. So, dann machen wir die Tür. genau so ist es ja ich trinke mal einen schluck auf meiner flasche so ein bisschen also bisschen bergstoff kohlenstoff koffein stoff so noch ein bisschen bisschen mehr aufnehmen heute damit auch immer genug folgen kommen und keiner von euch rumjammern muss ach so und ich habe mir neuen arbeitssprecher bestellt er sollte dann ich denke mal nächste woche dienst herankommen am montag ist ja feiertag wie ihr wisst dann denke ich mal sich das aufnahmetechnisch auch schon wieder ganz anders aus viel besser so 2 4 so machen wir den hier knüter noch mal platten liegen hier auf dem hof kann gras hin ich verstehe ich verstehe ich verstehe herz zählen brauchen wir definitiv so moment in pause wende abreißen abgerissen materialien wo man nämlich hier so ein paar zellen aufbauen sonst wird das alles nämlich nicht so strömchen strömchen wässerchen also wässerchen müssen wir aber hier hochziehen soo toalette soo toalette dann kriegst du noch ja gut erstmal gibt es die einfachen ganz normal soo soo nächste nacht machen wir mal spaß jetzt nochmal können wir das schon einstellen regeln ja genau wir wollen ja hier so ein hochsicherheitsgedöns machen ne jetzt müssen wir das hier mal einstellen also bei einer zerstörung jawoll er wird drinnen und was ist das sicherheit nein sicherheit bleibt ausbruchsversuch hoch sicherheit hoch gefangenenangriff personalangriff hoch schwere verletzungen ja berauschung nein mord ja ja waffenbesitz hoch werkzeugbesitz nö drogenbesitz so luxusgüterbesitz überall erstmal ihn durchsuchen und zelle durchsuchen so zerstörung kann man da mittlerweile werte eingeben nein kann man nicht so pauschal setze ich jetzt erstmal alles auf 24 stunden das wird höher gesetzt das ist natürlich extrem ne also für das spiel ist das schon wirklich viel aber ich finde das gut so wollte die sollen ja auch ne soll ja auch was von haben aber wir haben auch extra den direkt dort der so ein bisschen besänftigt und so ne so oh kuchi kuchi und so ne joa so nur so nur kurz einstellen dann ist das erst die stunden damit sich das auch lohnt ne wir sollen ja wissen dass wir die stärkeren der macht sind macht ja macht sag ich ruhig ha 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 ups so 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 das gibt einschluss luxus begibt einschluss so drogenbesitz einzelhaft ja werkzeugbesitz einschluss waffen wir ja passt passt gefangenen angriffen ist einzelhaft ja das passt doch so so ist das schön so das moped klonen jetzt dann haben wir hier auch keine schwierigkeiten ja gut hier hinten passt das nicht ganz bauen wir da ein per hand das ist ja auch nicht so weiter tragisch wird das halt eine größere zelle auch nicht das ding guck mal dann kriegst du hier so ein bett die kriegst du noch rein fernseher muss erst mal rein so ihr kriegt alle Strom zack zack Und dann sieht das alles schon mal in Spender aus, weil das ist hier wirklich schon viel. Sonst hauen die uns noch die Köpfe ein, das muss ja auch nicht sein, da fehlt noch eine Tür. Das tut ja nun alles nicht in Not. Ich sehe, wir könnten noch mal so, ja, damit wir 10 haben, Schaden tut das ja auch nicht, ne. Ach ja, ich finde das schön, unser Knast wächst und wächst und wächst und wächst. Ach, das ist schön. So, Zelle. Ich habe für 8 Leute erstmal eine Zelle gebaut. So, und dann hoffe ich mal, dass die verlegt werden. So, und wenn ihr dann schlaft, oh, das wird schön. Ich freue mich. So, dann sieht das hier gleich viel besser aus. So, und weil wir Arschloch sind, Razzia. Ah, sind wir hier bereit zu bewähren? Start. Zwei haben einschluss. Ach jo, ne, das geht ja sogar. Da habe ich mit Schlimmerem gerechnet. Muss ich zugeben. Aber gut, ne, das ist halt so. Ja. Aber, wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Ne, haben später 20 Minuten um. Guck mal, ob ich mit 20 Minuten gut auskomme. Und guck mal, muss das mal an. Vielleicht machen wir noch mal wieder länger. Müssen wir sehen, ne. Also, erstmal, ja, ne, bis die Tage, bis zu den nächsten Folgen. Habt ein schönes Wochenende. Und, ja, ne, morgen, morgen Abend tanzt nicht so doll in den Mai, ne. Gut, in dem Sinne, Tschüssi Kowski. Tschüssi. Tschüssi.